herzlich willkommen zum magischen podcast hier ist dominic fontes und daniel dück und in der heutigen folge haben wir ein gespräch für euch mit marcus zink marcus zaubert mit ganz ungewöhnlichen gegenständen nämlich mit schrott verrückte geschichten in einer stahl konstruktion das ist genau sein ding hallo marcus hast du heute schon eine neue kreation aus schrott hergestellt ich probe heute gerade alte kreation kannst du uns erzählen was es war wie sah heute der tag aus ja ich hab so ich habe zum einen ich habe viel also wenn ich alle schrottnummern spiele die ich schon gespielt habe dann wären es dreieinhalb stunden material und das sind halt viele nummern die habe ich dann irgendwann wieder rausgenommen weil sie nicht gut waren zum beispiel eine röntgenmaschine ist nicht so toll dann bin ich an einer seilroutine wo sich seien über so ein fahrrad dreht funktioniert aber auch nicht so also die kämpfe die man hat das heißt bist du immer sehr kreativ fast ganz viele ideen probierst sich dann aus und dann klappt es manchmal klappt nicht wie kann man sich das bei dir vorstellen ich habe manchmal überhaupt keine ideen aber ich suche sie verzweifelt und dann gibt es so tage ja da suchst du den ganzen tag und am abend denkst du war jetzt nicht so also gibt schon selbstverständlich wie würdest du denn das was du in der zauberkunst machst möglicherweise in einem einzigen satz beschreiben also mein mein herzblut hängt am abendprogramm am abendfüllenden programm und da versuche ich originell skurrile programme auf die bühne zu bringen was zeichnet für dich das denn aus also was bedeutet für dich originell skurril war das ja so ein relativ weit begriff weiter begriff was kann man sich darunter bei dir unter deiner definition vorstellen ach also mein ansatz ist irgendwie eine magische welt zu kreieren mir geht es jetzt nicht so um den einzeltrick das ist nicht so ja ich habe zum beispiel jetzt aus meinem abendprogramm karten buchtest rausgenommen weil für mich der effekt zu stark war und die leute danach über den buchtest geredet haben was ich gar nicht will ich mag viel lieber sie reden über diese magische welt oder über diese verrückte figur oder über diese verrückte maschinen oder über die verrückte ästhetik also daher ich mag es jetzt nicht so wenn die leute rausgehen und haben so einen trick über den sie diskutieren woher woher weißt du das also sprichst du nach der show mit den menschen um heraus zu bekommen was ihnen gefallen hat und was nicht ja ich gucke schon dass ich feedback bekomme und kritik bekomme und man höre was sie mögen und was sie nicht mögen also ja ich bin ja jetzt auch auf der bühne nicht so der dienstleister also ich gucke schon dass ich die sachen macht die mir am herzen liegen und dann freue ich mich wenn es jemand gefällt aber eigentlich mag ich auch die nummern sehr gern die wo ich sage die ein drittel mögen und ein drittel denkt nach wie sie es finden das andere lehnt ab das finde ich ist eine spannung im publikum aber ja das sind halt auch so theaterprogramme dann sauber ist kann man das wirklich mit allen kunststücken machen und auf den ganzen abend bezogen oder sollte es auch manche kunststücke geben die auf die gesamte zielgruppe abgestimmt ist oder abgestimmt sind ich würde sagen im theater ist es natürlich mein ansatz der dass die leute also ich bin da kein dienstleister ist es jetzt kein firmen event und die wissen was vorher kommt ja dann müssen sie sich irgendwie darauf einlassen oder halt auch nicht als ich weiß gar nicht ob jetzt die zielgruppe im theater so homogen ist also die ist ja eher breiter dann auch also die wollen ja eigentlich auch nicht das gefällige oder das langweilige also ich finde ja dann zauberei auch oft sehr langweilig ich jetzt als zuschauer weil du selber zauberkünstler bist oder warum ich finde es sehr oft technisch nicht emotional und ich mag oft als ich war auch mit leuten die sich mit zaubereien nicht auskennen zum beispiel bei tamaris wenn ich ja sehr verehre die fanden nach zehn minuten langweilig okay ich dachte ja hoppla ich sage jetzt hat er es gesehen der kann mit karten umgehen und ja ich habe dann gemerkt in dem moment hoppla was ich jetzt irgendwie spannend und interessant finde ist jetzt von dem normal zuschauer nicht wirklich immer spannend und interessant und ich kann mich schon fragen warum zerschnellt man ein seil um es wieder ganz zu machen warum lässt man es wählen und wieder wieder herausfinden bis jetzt erstmal alles noch sehr sinnentleert versuchst du dann einen sinn bei deinen kunststücken zu finden auf jeden fall will ich selber wissen warum ich es mache also das finde ich für mich schon wichtig was jetzt meine geschichte ist oder was mein grund ist warum ich das jetzt vorführe oder warum das auch in der position ist im abend oder also ja will ich ein bild schaffen das bleibt oder ja ich für mich selber brauche schon einen grund wenn wir jetzt mal so wirklich auf seine kunststücke eingehen weil wenn wir ja eben gesagt du zauberst sehr viel mit schrott wie kann man sich so ein kunststück dann wirklich vorstellen das aber dann auch ein sinn ergibt lustig ist unterhaltsam ist oder eine spezielle emotion mitbringt kannst du da mal irgend so ein beispiel geben für unsere zuhörer also gut schrott ist ein programm das ist über das spiele ich schon seit 18 jahren und in 18 jahren ist das immer im wandel und ich finde es gibt so ein paar dinge das ist ja dann irgendwie auch glück wenn man mal eine idee hat oder manchmal ist es ein langer weg ich spiele ja im grund genommen die geschichte meiner vorfahren durch skelette dargestellt und zeige im grund genommen die alten kunststücke die schrott die kam weil ich die ästhetik von alteisen sehr spannend fand und bei allen dingen die ich mache ist auch jetzt in der in den apparaten immer das element bewegung drin also wenn ich einen fesselstuhl nehmen dann bewegen sich die räder der sand läuft weil ich wollte nie große illusionen haben die irgendwie so tote kisten sind also die ich mag wenn das requisit selber eine geschichte erzählt klar wenn ich jetzt an einem requisit leiterwagenräder habe dann erzählt das leiterwagenrad an sich schon eine geschichte und ich mag natürlich wenn diese objekte wenn die in sich eine ausstrahlung haben oder eine kraft haben also ich mag auch wenn die ohne mich schön aussehen und jetzt wenn ich zum beispiel so was natürlich gehe ich hin und sage so was gibt es für effekte klar wenn ich jetzt zum beispiel die interlude nehme dann fand ich den effekt sehr spannend ich wollte aber immer große illusionen die ich alleine vorführen kann und so entstand letztendlich die idee ich schiebe mir ein ofenrot auf den bauch und jetzt musste ich mir natürlich noch überlegen aber das ist dann ja so nachgewirtschaftet auch wie wie ich das ding und dann hieß es eben operationsmaschine zur baumreinigung und dann dachte ich mir heißt es wäre noch schön wenn die eisen kugeln durchrollen vom bild her durch das rohr und dann hieß es eben operationsmaschine zur baumreinigung durch zugabe von eisen und jetzt ist es eine operationsmaschine also das die aber einer meiner vorfahren erfunden hat letztendlich und ich zeige die also jetzt mal an so einem beispiel ja und ich gucke natürlich jetzt in schrott dass ich sachen vor für die andere nicht vorführen das ist auch so ein bisschen meine präambel dafür und ich will auch sachen vor für den originellen dreh haben das führt ein stück weit dazu dass jetzt ein klassisches seil zerschneiden was ich gerne mache aber es würde nicht in das programm passen also ja da machen sich dann andere probleme auf oder ein klassisches ringspiel würde würde nicht reinpassen würde ich mal sagen ein ringspiel mit fahrrad schläuchen und kleiderbügel und sowas würde wieder eher passen du hast eben eine sehr spannende sache gesagt dass der buchtest der ist für dich zu stark zu spannend wie sieht das aus hattest du diese einstellung schon immer gehabt dass es alles so zu sein gleich bleiben muss sein soll oder hast du das mit erfahrung bekommen weil meiner meinung nach ist es in unserer jetzigen heutigen zeit so dass die meisten zauberkünste vor allem jüngere in unserem alter zum beispiel immer stärkere effekte zeigen möchten und du gehst ja da gerade zurück wie sieht das bei dir aus das ist bei mir natürlich auch so ein bisschen bisschen meine meine biografie ich bin ja ohne magischer zirkel groß geworden und ich bin ja eigentlich groß geworden so er mit der cloud mit der clown bewegung so schon gierer und einradfahren und zauberei war ein element und ich wollte eigentlich immer klauen werden und habe dann erst später so die die qualität von zauberei entdeckt und habe auch die sachen irgendwie so alle gelernt sollten die seilträger und viele karpenträger und viele münzsachen und trotzdem war für mich sehr schnell irgendwie klar ich möchte abendprogramme spielen da komme ich her das waren auch die ersten zauberprogramme die ich gesehen habe waren abendprogramme ich bin kein so ein fan von den zehn minuten nummern also ich wenn ich jetzt die nummer nehme von norbert verräse sehe ich den gerne in variante wenn er raus ist aus diesem muss jetzt irgendwie acht minuten sondern sehe ich norbert verräter zweimal sieben minuten oder seien 15 minuten und jetzt zu den effekten als ich gehe jetzt auch ich bin zuschauer mich interessiert geheimnis nicht sonderlich als ich gehe jetzt nicht und guck da irgendwelche als ich guck auch so so filme an von tricks oder guck mir zauberan aber wie jetzt der trick geht ist mir eigentlich ziemlich egal weil ich weiß da ist jetzt natürlich weiß ich viele tricks auch aber selbst wenn es ein trick kommt wo ich nicht weiß wie er geht denke ich auch cool mich interessiert eher die geschichte und ist er gut präsentiert und ist es unterhaltsam ich bin jetzt kein so ein sie sagen so ein effektsauberer weil das finde ich auch oft im widerspruch zum staunen komischerweise also wenn ein effekt so stark ist dass der zuschauer fragt wie das geht dann ist dann ist es ja ein rätseln der zuschauer und er glaubt er hat jetzt ein rätsel zu lösen und wenn er es gelöst hat dann ist der trick irgendwie auch langweilig für ihn und ich mag schon wenn die zuschauer staunen das ist jetzt aber wieder ich glaube jetzt wieder das staunen ist ja dann auch eine haltung von stille ja also ich glaube wer staunt ist still und das ist wiederum verzauberer schwierig natürlich natürlich will man das wenn man irgendein gutes kunststück gemacht hat dass die leute nach applaudieren und schreien und lachen aber ich glaube manchmal wäre der moment dass jetzt der zuschauer hier ja kurz verweilen kann mit dem moment viel schöner also ich glaube dass wir das dass die zauberei generell noch sehr geprägt ist als entertainment kunst also so wir wir rocken im saal wie ich dann über facebook lese oder die leute sind ausgeflippt und haben getobt ja ich finde ich finde das generell eine spannende frage wo was ist eigentlich die zauber kunst und wo entfaltet sich die zauberei am besten und ich glaube es ist tatsächlich irgendwie der kleine rahmen nicht über leinwand und sage ich ich finde die ehrlich brüder ein geiler event und das ist ein riesen spektakel aber die die poesie des staunens finde ich bleibt oft auf der strecke findest du dass es nur eins von beidem geben sollte oder ist der mix von beidem gut dass es sowohl kleinkunst in anführungszeichen gibt also wirklich wo man richtig staunen kann und auf der anderen seite auch so wie zum beispiel bei den ehrlich brothers was du jetzt erwähnt hattest oder sollte es deiner Meinung nach eher nur kleines geben eigentlich wegen mir kann es alles geben die frage war ja nur was mir gefällt oder was mir und ich merke dass ich die schönsten magischen erlebnisse ich selber hatte das war nicht die großen shows also das vielleicht noch copperfield im deutschen theater wo ich sagen würde für copperfield war das noch ein kleiner rahmen also wo ich das gefühl hatte da gab es diese intimität noch copperfield in der schleierhalle fand ich schrecklich also wo ich sage da war es für mich eine nummer zu groß aber ich gehöre auch zu denen ich mag zauberei nicht auf leinwand sehen also das da merke ich da ist bei mir eine grenze erreicht oder das finde ich einfach nicht schön da gucke ich sie mir lieber gut produziert im fernsehen an findest du dass das umgehen mit der stille nach dem staunen für zauberkünstler manchmal schwierig ist ich glaube generell denken wir viel zu wenig über dieses phänomen nach dass wir eigentlich mit dem zauberkommststück staunen erzeugen und jetzt stellt sich die frage denken wir darüber nach wie viel zeit braucht eigentlich auch ein zuschauer um dinge zu verarbeiten also manchmal gibt es ja programme die da sind zehn starke effekte drin und ein stark effekt löst den anderen ab und zum schluss gehe ich raus und sage hey der hat echt hammer sachen gemacht aber so wirklich bei einem verweilen tue ich gar nicht mehr aber ja ich glaube einfach diese diskussion wird ein stück weit zu wenig geführt die leute sagen immer relativ simpel hey lassen starke effekte machen das klingt ja auch erst mal richtig aber ich ja natürlich ist die frage auch was ist ein stark effekt ist jetzt münze in flasche stärker wie ein schwammballtrick also ja aber da würden viele sagen ja münze in flasche das ist ein hammer wunder aber ich habe ich habe leute erlebt die haben die hand aufgemacht da waren zwei schwammbälle drin und ich wusste diesen moment werden sie nie wieder vergessen also das ja kommt ja dann auch muss auf den moment an oder ja wo man spielt oder macht findest du dass die zauberkunst sich auch immer neu erfinden muss und dass man immer etwas neues bringen muss genauso wie du jetzt mit einer schrott zauberkunst etwas neues kreierst also was mich tatsächlich sehr beschäftigt ist dass ich finde das zirkus glaube ich hat sich ein stück weit erneuert über über so etwas glaube ich beginnen mit ronkalli dann kam flickflag oder sollei dann gibt es diesen nouveau zirk wo wir irgendwie zirkus also ja schon glasche artistik in dem theatralen rahmen anders inszeniert plötzlich wieder klassische zirkus und ich finde in der zauberei steht diese erneuerung noch ein bisschen aus ich finde es gibt dann immer so impulse wenn ich jetzt so eine nummer nehmen wie jan frisch oder ich glaube es gibt jetzt auch so ein paar abendprogramme wo ich mag hey das ist eigentlich ein impuls oder eine richtung die ich mag aber ich glaube viel zauberei ist noch sehr traditionell also finde ich zum beispiel auch in idar oberstein wenn es immer spannend wenn dann junge leute auf der bühne stehen und zeigen ein seil zerschneiden wie vor 50 jahren dann denke ich mir schade eigentlich weil das ist mir jetzt zu konservativ oder zu traditionell oder manchmal auch zu mutlos also ich glaube dass die zauberei könnte an vielen punkten viel frecher wie poetischer ja auch mal was probieren oder was was wagen und das ist halt wenn du bei einem zauberkongress glaube ich irgendwie was wachst oder eine mutige nummer machst dann fragen die zauber gleich geht das ist das noch in ordnung ist das noch zauberei ja ich finde beispiel die fertigen finger jetzt in saarbrücken die ich fand ich habe die fertigen finger schon viel besser gesehen aber sie finde sie haben an bestimmten punkten so mit dem sigmund freud und puppenspiel haben sie was neues reingebracht was neues ausprobiert und das fand ich dann auch so ungeprobt echt faszinierend findest du das kann man impuls also die hätten eine bessere show spielen können aber ich fand den impuls mal spannend zu sagen wir probieren was anderes findest du das kann man immer ausprobieren oder ausschließlich dann innerhalb der zauberszene wie zum beispiel die fertigen finger das jetzt bei der magiker gemacht haben also ich spiele ja kaum in der zauberszene also ich spiele ja für ganz normales publikum ganz normalen klar also ich finde also mein erstes abendprogramm hieß locus pokus das waren fünf zauber auf dem klo sehr erfolglos ich habe da im ausprobieren schon auf viel gelernt also das und ich glaube wir sind unglaublich erfolgsorientiert weil ich glaube erfolg kann man schon planen also klar ich sage immer für den den schwebenden tischfahrt den schneesturm davor machst du noch die bowlingkugel eine schöne seilroutine hast ein bombenprogramm und wirst wahrscheinlich bei jedem firmen event wenn du nicht gerade ein blöder typ bist überleben ich glaube wir sind sehr erfolgsorientiert wird ja wir haben ja auch nicht mehr die zeit das finde ich auch immer so was ja also wenn du musikinstrument lernst dann musst du erst mal zehn jahre arbeiten bis du überhaupt auftritt wenn du irgendwie bildender künstler wirst dann wirst du erst mal sehr lange mit dem pinsel üben bis du irgendwie mal eine ausstellung machst die zauberer wollen irgendwie sehr sehr schnell und sind natürlich oft auch ungeduldig glaube ich sie sind sehr erfolgsorientiert also und dadurch wird es dann manchmal auch langweilig finde ich was empfiehle irgendwie auch das gleiche machen findest du hängt das auch damit zusammen dass wenn man ein kunststück sagen wir mal ein relativ klassisches kunststück sich nimmt und im zauberhandel sich sagen wir mal wirklich kauft oder ein buch liest dass man das dann relativ schnell auch vorführen kann und schon relativ gute rückmeldung dafür bekommt dass das zauberkünstlerinnen oder zauberkünstler damit animiert grundsätzlich so in der zauberkunst vorzugehen und relativ wenig inhalt reinzustecken kann das dann eine parallele sein ja ich mein so so werden ja viele auch die ihre kunststücke verkaufen also sie werden ja damit dass du auspacken stroben vorführen und funktioniert ja auch ich sage immer es funktioniert natürlich auch deswegen weil der laie sich nicht so gut in der zauberei auskennt also es gibt sehr sehr viele cover bands und das ist klar wenn du in der musik ein lied von den beatles spielst dann wissen die leute das ist von den beatles wenn du in der zauberei was vorführst dann kannst du immer das originelle oder original noch vorgaukeln es sei denn sie haben schon mehrere zauber gesehen dann merken sie plötzlich hoppla die machen ja alles gleiche oder so wobei es da natürlich auch unterschiede gibt wenn jetzt zum beispiel alle zauberkünstler ein salzer schneiden vorführen und dann macht irgendein betrühmter mensch das salzer schneiden der es vielleicht nicht erfunden hat und dann denken alle ich habe es ja von dem schon gesehen was ist das phänomen das dass der erfolgreiche in dem macht hat also wenn copperfield den schneesturm vorführt und zeigt in dem fernsehen glauben alle das von copperfield ich sage immer das ist das phänomen wenn die ehrlich brüder diesen riesenballon auf den kopf setzen und ich denke das ist doch von ben profane ja aber inzwischen ist es irgendwie für die masse von den ehrlich brüdern also ja da passieren halt so so dinge aber ja muss ja jeder für sich entscheiden was ihm auch spaß macht ich habe halt auch spaß am mir sachen ausdenken also ich finde das auch schön und ich finde es auch spannend und ich merke ich muss jetzt ja ich brauche jetzt ich muss jetzt keine seite routine von deco war vorführen die für deco war vor wie war das denn bei dir hast du schon immer eigene sachen vorgeführt und also entwickelt und dann vorgeführt oder hast du am anfang auch damit gestartet ausschließlich erstmal von anderen zu covern und dann deine eigene richtung zu entwickeln wie war das anfang noch anders ich habe am anfang von anderen geklaut okay zum beispiel den lustigen moment ich habe diesen spruch im programm alle karten sind verschieden das ist keines mehr lebendig und dann war ich mit bartrex in einer gala letztes jahr und dann hat bartrex diesen spruch gemacht und in diesem moment habe ich gemerkt scheiße den habe ich vor 25 jahren bei bartrex geklaut habe ich gesagt du ich habe vor 25 jahren bei dir diesen spruch geklaut aber ich wusste es nicht mehr weil manchmal passiert ja auch wenn man was klaut oder übernimmt und es dann lange spielt dann denkt man irgendwann es ist von einem selber und man weiß gar nicht mehr so genau von wem es ist oder so also ich habe am anfang ja ich habe was gesehen ich war genauso ich habe jemanden im ringspiel gesehen und bin im zauberkönig nach münchen und wollte ein ringspiel haben und jetzt inzwischen kann ich kann ich es gut aushalten wenn jemand andere was vorführt und ich muss das nicht haben oder vorfühlen also ich mag auch ich bin immer sehr stolz wenn ich über eine händler mäßig gelaufen bin und habe nichts gekauft ja da fühle ich mich irgendwie ja denke ich ja ist okay also ein buch ist in ordnung aber jetzt so man hat so viel tricks und hat so viel material also findest du dass der aufwand für eine show der veranstaltung zu einer veranstaltung passen muss also wenn ich zu einer kleinen veranstaltung fahre dann nehme ich halt nur ein paar taschen spieler tricks mit und wenn ich zu einer großen veranstaltung gehe dann nehme ich die große requisiten mit ok also ich bin ein großer also emotional gesprochen ein großer gegner von diesem unter zaubern sehr verbreiteten spruch pack small play big weil diese diese argumentation ist für mich rein praktisch unter dem kann ich das verstehen ich kann das schon verstehen dass es cool ist wenn ich zum zur tischzauberei gehen stecken kann spiel in die rechte tasche und ja nehmen ein becher spiel mit ein paar gummibänder dass ich jetzt irgendwie locker durch den abend kommen und ich mache so abende auch manchmal und da freue ich mich dann manchmal auch dass ich denke war echt wenig aufwand aber nur deswegen weil ich sonst keinen aufwand scheue von welchen idee hat für was dann will ich das machen und da ist mir ziemlich egal ob das jetzt viel aufwand oder viel arbeit ist mir ist das teilweise auch diese sagen zu praktisch orientiert wenn ich schrott spiele bauen wir um 15 uhr auf also wir fangen 15 uhr an und sind dann 17 30 fertig dann machen wir eine stunde licht und dann spielen wir um 20 und dann haben eine stunde abbauen dann ist 23 uhr und danach sagen die leute hey ist aber brutal aufwendig ich denke dann das ist eigentlich ein ganz normaler acht stunden tag also natürlich sind wir zauberer manchmal auch ein bisschen verwöhnt so ankommen headset rum ja schwammbälle in die tasche raus auf die bühne das finde ich ja ich sagte es auch immer zum spider tisch bei der tische sind praktisch und sind schnell aufgebaut und sind klein eingepackt aber das heißt noch nicht dass sie schön sind oder dass sie magisch sind ja also das also ich bin da ich nehme auch nach saarbrücken zu meinem seminar nämlich meinen eigenen stuhl mit und meinen eigenen tisch ich will keinen gemeindehaus tisch da irgendwie auf der bühne stehen haben und ich will keinen gemeindehaus stuhl auf die bühne stehen haben es ist eine bühne gemeindehaus also das und ich finde auch zum beispiel sowas wie licht finde ich was ganz wichtig ist aber licht ist halt arbeit also klar ich muss halt am mittag das licht einrichten also ich reise auch immer mit dem gleichen techniker und ja das kostet geld mein techniker aber es ist es wert also wenn wir haben schwatte auch gespielt wo wir kein gutes licht hatten und es ist nicht mehr selbe muss man natürlich von daher ich finde nicht dass die sachen im verhältnis stehen müssen sondern ich finde dass wir irgendwie eine idee brauchen für das was wir machen und dafür arbeiten wir aber sind halt an vielen punkten echt verwöhnte rotzlöffel das ist ja deutlich es ist halt so ich kann ich kaufe mir irgendwie eine praktische arzttasche beim sauberhändler oder bei ebay und dann überlege mir noch wie pack ich praktischen tisch ein ja das beste ist wir können ganz locker mit dem zug dahin fahren ja ich finde halt und man kann sich schon auch über bühnenbild gedanken machen über ja also das aber es ist alles arbeit und alles aufwand also trotzdem überlegen wir natürlich auch bei einem programm wie schrott ist es spielbar und ist es praktisch aber auf einer anderen ebene also ja gab es mal ein programm was noch mal deutlich deutlich aufwendiger war als schrott oder ist das wirklich so das aufwendigste bei dir vom aufbau her ich habe mit malin in schweden haben wir pop gemacht das war auch ein programm wo wir zauberisch ein kunstmuseum her gezaubert haben also werden praktisch kunstwerke gezaubert und das war eigentlich würde ich sagen mindestens genauso aufwendig und ich war jetzt in halle haben wir so eine theaterproduktion gemacht also zu dritt wo wir ein buch zauberisch textlich umgesetzt haben das war vom material her nicht so aufwendig aber vom licht und vom ton war das wesentlich aufwendiger aber ich mag es einfach auch als ich mag es wenn ich auf eine bühne gucken sie sieht schön aus und das licht ist schön also ja ich finde einfach licht und ja es ist halt so ein gesamtpaket das wird natürlich primär immer über tricks das tun wir natürlich klar also die ganze seminarkultur ist im wesentlichen irgendeiner erklärt tricks und oft kann sie danach kaufen ich mag ich wäre ich würde viel lieber seminare sehen wo jetzt ein tamaris über seine philosophie erzählt wo die wo die erzählen wie sie denken wie sie fühlen wie sie arbeiten jetzt auch ein gaten blumen ich habe zu gaten gesagt hey erzähl mir wie du arbeitest erzähl mir wie du vorgehst ich muss nicht deine tricks da sehen und dann irgendwie kaufen das kann ich mir dann aus deinen büchern rauslesen also ich finde wir sind sehr trick orientiert das ist immer irgendwie so fluch und segen unserer zauberei ist der trick das ist auch übrigens der hintergrund hier bei uns im podcast wir haben bisher noch nie trick verraten oder sowas wir sprechen natürlich auch über kunststücke aber wir möchten halt eben wirklich von künstlern die ganz viel erfahrung haben wirklich ja deren herangehensweise und so davon lernen dürfen dass es so hat eben auch genau das was wir genauso sehen wie du ja also das ich finde das auch so bei den kongressen ich meine das ist halt so das vordergründig unser fortbildungs symposium und wenn ich dann da irgendwie seminare habe wo ja wo es um tricks geht und dann gucke ich mir die zehn minuten an wo es letztendlich auch darum geht wird der kollege irgendwie getäuscht also jetzt mein freund thomas otto sagt immer er will nicht verzaubern auftreten das sage ich warum nicht und sagt ja für einen job cup fahren kartenstögerblock himbeer ringe und geldschein in dose das ist gutes material dass du da hast du es jeden klassiker durchgearbeitet und auf ein neues level gebracht ja die zauber sagen dann kenne ich doch schon alles ja ich meine lieblings zauber da weiß ich ja jeden trick und trotzdem gucke ich sie gern an und genieße das ist das also wenn es bei zaubern ist natürlich immer noch so ganz wichtig dass man sich gegenseitig fühlt und ja das ist jetzt nicht so meins also also ich verstehe es ja auch macht gar welches kunststück dass du jetzt nicht selber entwickelt hast hatte ich am meisten beeindruckt genau auf die sachen die du gerade erzählt hast ich auch vorführe es gibt viele sachen die ich die ich wirklich genial sind ich finde denn die gozenta box von luke fiedler finde ich genial einfach auch von der idee her zu sagen verpackung wird inhalt inhalt wird verpackung kannst du ganz kurz erklären für alle die die nicht wissen was das ist nur ganz grob was dabei passiert ohne trick erklärung im grunde genommen ist es ein würfel den ich öffnen kann also eine box die öffne ich und in diesen würfeln ist ein kleineren würfel wenn ich raus holen mache ich den kleineren würfel auf und jetzt nämlich die verpackung schließlich und gäbe sie in den kleineren würfel rein und macht den zu als ist natürlich auch ein sehr subtiler effekt und den gibt es ja inzwischen in verschiedenen formen aber die grundidee fand ich immer genial weil es irgendwie auch ein anderes effekt prinzip war für mich immer als es nicht verschwinden erscheinen nicht als irgendwie ist es verkleinern vergrößern und sowas ich habe immer geliebt das führe ich ja heute noch vor das knotentuch und zwar ein stück weit deswegen macht drei knoten in tuch zieht die knoten ab und zum schluss hat das tuch drei löcher das ist für mich so ein kunststück das in sich eine geschichte erzählt finde ich irgendwie clever durchdacht ich habe es padel also fand ich immer genial führt irgendwie für nicht viele vor aber die grundidee fand ich ich finde viele sachen von gayton bloom genie streiche ich finde kevin james sachen perfekt die floating rose dem bowlingball den schneesturm da machen sie auch so viele für mich leider langweilig weil die sachen sind so perfekt ich habe das gefühl wenn ich irgendwas an der rose macht wird sie schlechter also ich kann es konstig nicht verbessern weil es für mich irgendwie perfekt scheint und ich kann da nichts dran so vom gefühl her also ich finde viele sachen wo ich denke war genial es gibt lustigerweise fand ich immer auch den würfelkasten genial ja weil dieses geräusch das da hin und her rutscht und zum schluss also ich erinnere mich noch wie ich den als kind gesehen habe für mich war das ein wunder wie dieser massive würfel aus dieser box verschwindet und ich konnte so und dann war dann mit dem hut fand ich immer ein ganz tolles kunststück also ich fand alles was danach gekommen ist es nie an den würfelkasten reingekommen also so mond auf reisen und häschenburg was es da alles gab und wenn man jetzt auch so was sieht wie helge tuns würfelkasten sage ich ist genial also wo man dann auch sieht was man aus so einem klassiker dann machen kann bin ich aber immer bei helge tun also ja wo ich sage es war helge war für mich immer einer der kreativsten sprech zauberer ja was er angefasst hat also helge hat vier verschiedene becher spiele die alle großartig sind gesagt ja also das becher spiel ist für mich sowas würde ich sagen ist mein liebstes kunststück also da ich habe auch alle becher spiele gelernt irgendwie michael amarr david williamson gary kurtz die werner ich habe sie alle irgendwie gelernt ich führe jetzt in schrott auch ein becher spiel vorhalt mit überdimensionalen eimern aber grundprinzip ist gleiche wo ich sagt die die komposition zum becher spiel finde ich genial es geht irgendwie so klein los und dann steigert ist dir bei so einem kunststück aber immer wichtig wenn du dich irgendwo inspirieren lässt zum beispiel es gibt die urversion vom becher spiel dass du das dann immer noch wirklich deutlich verbessern kannst und auf deine rolle zuschneiden kannst ist ja sozusagen dass das allerwichtigste und wenn habe ich das sicher verstanden wenn es nicht möglich ist dass du es dann nicht vorführe mir geht es mir geht es eigentlich nicht um verbessern mir geht es darum zu sagen die sachen die ich vorführe passen 100 prozent zu mir ok ja und das requisite sich in der hand halt verschmilzt mit mir und ist authentisch und wenn ich jetzt eine seileroutine von der will vorführe ja habe ich das gefühl ich führe gerade eine seileroutine von der will vor aber es ist noch nicht bei mir und es gibt ja manchmal auch requisiten wo du das gefühl hast ja das fühlt sich in meiner hand richtig an ist ja manchmal ein bisschen mystisch also manche die fühlen münzen und sagen hey die münzen die laufen bei mir die gehören zu mir ja und jetzt arbeiten sie viel mit münzen und du merkst die verschmilzen zu den münzen bei anderen sind es vielleicht karten also und wenn ich jetzt ja wenn ich jetzt so was nehme wie die kevin james rose ich habe da auch mal rumgespielt damit und dann merke ich schon dieses ding zu falten und zu drehen das bin ich nicht also ich fühle das nicht ja das ist wie schwammbälle ich glaube schwammbälle da kann man es am besten erklären beim einen wirkt es total albern ja wenn der schwammbälle in die hand nimmt und beim anderen sagst du hey das stimmt also da ist selbst wenn ein 50 jähriger bunte schwammbälle in der hand hat hat es noch eine gewisse ja von daher mir geht es gar nicht so sehr um verbessern sondern zu sagen ich will dass es zu mir passt und dass es mit mir verwächst und dann merke ich zum beispiel jetzt karten ich bin nicht der wozu karten diese extatische liebesbeziehung aufbauen kann wie jetzt pitt hartling dennis bier oder parmaris ich kann schon ein paar kartentricks aber ich merke die karten und ich wir werden nicht zu einem liebespaar sehr schön ausgedrückt ja aber so ist es halt irgendwie das muss ja jeder irgendwie für sich selber rausfinden wahrscheinlich wäre dennis bier mit schwammbällen echt albern also von daher mir geht es jetzt nicht so sehr drum um zu verbessern sondern zu sagen hey das bin ich und dafür stehe ich und das ist meine idee und manchmal fühle ich auch Tricks vor aber ich weiß die werden jetzt zauberisch könnte ich die besser umsetzen aber so bin es ich also ist dir immer deine rolle die du gerade auf der bühne spielst sozusagen das aller 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 wichtigste dass da wirklich alles zu 100% reinpasst und alles andere Tricktechnik Stärke vom Effekt ist zweit oder drittrangig mir ist der Trick nicht zweitrangig also ich würde immer sagen ich bin zauber ich würde ja auch nicht auf die bühne gehen und rein Gag machen und mir ist schon wichtig dass da zauberisch was passiert also ich gehe jetzt auch nicht auf die Bühne und mache eine Klauennummer sondern ich bin zauberer und zeige im Grunde genommen ein Kunststück nach dem anderen die Frage ist dass ich mir jetzt überlege so was hat der Effekt für eine Atmosphäre was hat er für eine Strahlkraft was macht er mit dem Zuschauer was ist gerade für ein Gefühl im Raum wie viel Zeit braucht er jetzt um mit dem Effekt umzugehen und das mache ich natürlich jetzt von mir her kommen von meiner Figur wie kurios darf die Bühnenfigur sein wie kurios wie kurios kurios ja was meinst du damit ja wie verrückt darf die Bühnenfigur sein dass sie zudem auch immer noch ein Publikum findet ja gut ich meine jetzt das ist ja eine berechnende Frage also das ist ja die Frage ich kreiere eine Bühnenfigur findet die ein Publikum und ich weiß nicht ob das der richtige Ansatz ist also weil wenn ich jetzt Figuren nehme wie Jerry Lewis oder George Carle oder Tom Mullica oder David Williamson die haben halt gemacht was sie fühlen und wie sie irgendwie drauf waren und ja und die Leute haben es gemocht also ich bin jetzt auch nicht so einer der irgendwie den Erfolg auf dem plant das mache ich nicht also von daher wenn ich es ich habe jetzt gerade so eine Nummer wo ich dachte ja die muss eigentlich verrückter werden also Messer durch Jacke bin ich gerade an einer Routine und ich finde ich ein ganz schwieriges Kunststück Messer durch Jacke also so von der Glaubwürdigkeit dass da irgendwie eine Glaubwürdigkeit ist dass dieses Messer wirklich irgendwie durchgeht oder was kaputt macht und da habe ich danach gedacht hey ich war zu brav ich muss eigentlich mehr zerstörerisch sein ich muss dreschiger sein ich muss kaputter sein damit der Zweifel größer wird hey der macht die Jacke wirklich kaputt also von daher ich ja jeder wie er mag also wir sprechen jetzt nicht vom Firmen-Event ja finde ich also wir sprechen nicht von der Dienstleistung wo die Firma sagt wir holen uns da einen der macht ein bisschen Spaß und macht ein bisschen Zauberei und unterhält unsere Mitarbeiter sondern ich spreche jetzt rein von der Theaterbühne von der Bühne wo man frei ist was man beim Firmen-Event ja nicht 100% ist wobei üblicherweise wissen die ja auch was die sich was für einen Künstler die buchen und welche nicht genau wie sieht das bei dir im Abendsprogramm vor allem aus hast du dort irgendwie eine spezielle Richtung an Kunststücken die du zum Schluss haben möchtest also möchtest du gerade zum Schluss eine spezielle magische oder emotionale Wirkung aufs Publikum haben oder ist das immer von Programm zu Programm unterschiedlich vielleicht sogar ein Bild das bleibt ich spiele also Schrott ist im Grunde genommen ich spiele schon immer Schrott zum Schluss die Nacktnummer das ist meine Zugabe weil also es dann für mich auch klar ist dass danach nichts mehr geht ich spiele die Nacktnummer wesentlich poetischer wie jetzt bei den Ehrlichbrüdern ich finde bei den Ehrlichbrüdern ist es so ein bisschen als Event und lustig Tralala verschossen die Nacktnummer ist zauberisch bei mir die beste Nummer als Manipulationsnummer und die endet letztendlich ganz ruhig also indem eine Wäscheleine mit den ganzen Kleidern wieder über die Bühne gezogen wird und ich komme dann wieder angezogen rein aber ich höre immer mit der Nacktnummer auf davor ist der Fesselstuhl Zink ist tot also ja also von daher ja ich weiß auch gar nicht ob es so das Konzept gibt also weil es gibt da gerade mal die Regel zum Schluss muss eine große Produktion stehen dann kam Norbert Verree bei ihm steht zum Schluss nichts außer ein paar Konfettis also ja das ist ja ich glaube ich weiß nicht ob man da eine Regel aufstellen muss also ja aber du läufst einfach so am besten damit wenn du diese Nummer halt eben zum Schluss machst dann ist das so wirklich deins dein dein Ending ach ich meine ich meine so ein Abendprogramm ist ja auch so was Komplexes also mit Komplex meine ich du bereitest zu Beginn ein zweieinhalb Stunden Programm vor und wenn ich jetzt wenn die letzte Nummer eine Manipulationsnummer ist dann gehe ich im Grunde genommen ein Außenprogramm in eine Manipulationsnummer das heißt ich kann mich jetzt nicht irgendwie groß vorbereiten sondern ich ich gehe in eine Jacke rein und dann muss ich die halt spielen und manchmal haben so Zauberkollegen auch irgendwelche Tipps oder Ratschläge nach so einem Abend und dann kann ich nur sagen ich habe in Schrott habe ich 14 Anzüge also 14 Jacketts und die Nummer ist um ich wechsle Jackett und die neue Nummer ist präpariert und natürlich gibt es an bestimmten Momenten wo ich denke hey ich könnte jetzt die Nummer hier stärker machen und dann sage ich aber wann bereite ich es denn vor also klar ein Zwei-Stunden-Programm tickt natürlich anders wie jetzt eine Zehn-Minuten-Nummer und ich muss das natürlich klar ich habe Stunde vor der Pause Stunde nach der Pause und die muss laufen und die muss fließen und von daher ist die Reihenfolge teilweise schon auf was ist denn technisch überhaupt machbar ja dann sind da irgendwie drei Shells drin und ja dann mache ich da die Aquarium-Nummer da ziehe ich mich oben aus dann muss ich mich wieder schnell anziehen also das ist ja so ein ganz komplexes Geflecht so ein Abendprogramm wenn man jetzt nicht aus dem Köfferchen zwei Stunden zaubert was man ja auch machen könnte also von daher bin ich beeinflussend viele Dinge die Reihenfolge ich fange immer mit einer mit der Hasenvernichtung an und dann mache ich die Aquarium-Nummer in Frankreich hat dann mein mein Manager mal gesagt hey fang magisch an die wollen nicht die Comedy am Anfang die wollen erst verzaubert werden und dann kannst du die Comedy machen also manchmal ist das auch so eine Entscheidung fange ich magisch an und dann kommt der Witz oder erzähle ich erstmal die Witze und dann kommt die Zauberrei um die ja das sind halt so Entscheidungen also sehr gut Markus mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlussspurt kommen aber wir bitten dich jetzt die nächsten drei Fragen einmal ganz kurz und knapp möglichst zu beantworten ja gibt es einen Ratschlag den du jedem mitgeben kannst der sich mit der Zauberkunst beschäftigt ein Ratschlag ich würde vor allem jungen Zauberern den Ratschlag geben ganz viel wie sage ich geerdete Auftritte zu machen Kindergarten Gemeindefeste Schulfeste dass man kommunizieren lernt dass man das ganz normale Zeug erstmal lernt also man braucht nicht gleich die 10 Minuten Nummer mit der man dann im Kabaretti Mond auftritt und nach Tokio fliegt sind es sehr schön wenn man so diese Brot und Butter Zauberei lernt also und das geht mir heute noch so ich mag das wenn mir wenn ich bei irgendeinem Flüchtlingsfest auftrete und mache da ein Seilkunststück ein Becherspiel und ein Tuch verschwinden und wenn also ich mache heute noch gerne Schulfeste ich mache heute noch gerne einen 50. Geburtstag wo ich nicht Schrott spiele wo ich das Gefühl habe hey ja das ist Brot und Butter das ist wir kommunizieren ganz normal miteinander wir begegnen uns und wir haben gemeinsam irgendwie Freude an der Zauberei das würde ich vor allem Jungen empfehlen dass sie einfach nicht gleich irgendwie die großen Gagen und nicht gleich das ja Zauberflüchtlingsfeste und Kirchenfeste und das ganz normale Zeug Schulfeste weil das gar nicht so einfach ist also muss man ganz klar sagen das Kommunizieren und Zuschauer anzusprechen ist ja was Schwieriges Kannst du ein Buch ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen ja ich kann also meine Lieblingsbüche ich habe immer zwei Schienen ich sage es gibt so diese Bastel-Inspirationsbücher das ist so James Otts den ich in Deutschland total unterschätzt finde französischer Buchautor der wunderbare Bücher macht ich finde Gaten Bloom das sind ja so die die Bastler und Tüftler und dann finde ich gibt es so diese diese technische Seite und Tommy Wander also diese technischen Bücher so Coinmagic oder die ganzen Kartenbücher und Tommy Wander ist irgendwo dazwischen sag ich immer ja ich und gibt es etwas was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest du hast das Schlusswort ist alles gut alles prima ich ja macht was euch gut tut super dann vielen vielen Dank dass du mit dabei warst und alles danke Markus schöne Idee bis irgendwann irgendwo genauso machen wir es also nicht wieder hochsteigen jetzt meines tschüss mach's gut ciao das war eine weitere Folge magischer Podcast für dich wie sieht's bei dir aus was für Schrott hast du bei dir im Schrank liegen der sich ideal für die Bühne eignen würde teile deine Ideen bei uns auf Facebook wir freuen uns sehr auf deine Kommentare bis in zwei Wochen mach's gut ciao